Das Thema der heutigen Schulung, des heutigen Termins, lautet Neuigkeiten in SnapCorp First. Die Stimme, die Sie hören, gehört zu Tobias Bührs. Ich bin Rehabilitationspädagoge und bei Tobi Dynavox tätig in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem natürlich auch zum Geben von solchen Online-Schulungen. Für diejenigen, die zum ersten Mal an einem solchen Training, an solchen Online-Schulungen teilnehmen, eine kurze Information. Wir haben ca. 45 Minuten für dieses Webinar eingeplant. Sie dürfen sehr, sehr gerne die ganze Zeit über auch schon Fragen stellen. Es ist geplant, diese Fragen auch noch quasi direkt im Anschluss an die Präsentation selber noch mal zehn Minuten zukommen zu lassen, sodass man diese dann auch jedenfalls im ganzen Plenum vorstellen kann, ob sie jedenfalls auch für alle, für mehrere relevant sein könnten. Sie sehen unten ein Bedienfenster. Hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Wichtig wäre es, dass Sie jetzt erst mal auf stumm stehen. Wenn Sie mögen, können Sie es natürlich auch zum Fragestellen einmal quasi entstummen, entmuten und dann Ihre Frage auch direkt stellen. Ansonsten, wie gesagt, wäre es gut, das auf Audio auszustellen, also das durchgestrichene Symbol, so dass andere auch nicht von entweiligen Hintergrundgeräuschen gestört werden. Ich sagte ja, Sie haben die ganze Zeit auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dafür können Sie auch gerne das Chat-Fenster nutzen, um dann hier entsprechend Ihre Frage einzutippen. Fokus steht heute unsere Software Snapcore First und deren Entwicklung. Das kann man auch so ein bisschen, ja, wie die Entwicklung eines Kindes sehen. Auch so eine Software, die entwickelt sich stetig weiter. Es kommen neue Fähigkeiten und Funktionen hinzu. Manchmal bekommt man das gar nicht mittlerweile schon, weil man einfach täglich damit arbeitet und mit den Funktionen schon sehr vertraut ist an sich. Ich möchte Ihnen einfach so ein bisschen jetzt zeigen, in den nächsten 45 Minuten, was es so eigentlich in den letzten, ja, fast zweieinhalb Jahren an Neuigkeiten in Snapcore First gibt, oder was hinzugekommen ist, wie man diese einsetzt, wo man diese findet und wie man diese natürlich auch verwendet. Das Ganze ist natürlich sehr, ja, utopisch zu sagen, ich bringe jetzt alle Funktionalitäten, die seit März 2018, seitdem Snapcore First 1.3 herausgebracht wurde, mit der deutschen, ersten deutschen Metacom Core First Version, dass ich dort alle Funktionalitäten, die seitdem hinzugekommen sind, jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre, hier vorstellen kann. Ich habe einfach mal die wichtigsten hier rausgepickt und hoffe, dass ich auch ganz gut durch diese Dreiviertelstunde halt auch führen kann und dass ich nicht, ja, im Bredouille komme bezüglich überziehen. Deswegen legen wir auch sofort los, wie gesagt, März 2018. Da ging es eigentlich so richtig los mit dem deutschen Snapcore First mit Version 1.3. Und in der, ja, Zwischenzeit sind natürlich auch immer weitere neue Sprachen hinzugefügt worden. Also natürlich, klar, mit Deutsch kam halt nicht nur noch Deutsch. Das war als erstes gab es nur Snapcore First Englisch, dann gab es nachher Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch und natürlich auch viele weitere Sprachen. Und da wurde das, ja, der Bedarf auch einfach deutlich, dass man Möglichkeiten schaffen sollte, wie man halt auch als Anwender selber schnell zwischen den einzelnen Sprachen hin und her wechseln kann. Und Sprachen, also sprachlichen Inhalte, die unterschiedlichen sind an sich nichts anderes als Seitensets in Snapcore First, die auch dort alle standardmäßig auch enthalten sind, die müssen halt nicht hinzugekauft werden, sind standardmäßig mit drin. Man muss nur wissen, wie man diese findet und wie man diese gegebenenfalls verzahnt. Und das ist der erste Punkt, den ich Ihnen heute mal zeigen möchte. Dafür wechsle ich jetzt einmal in die Software und, ja, suche mir an sich ein Feld, über das ich gerne den Wechsel zur anderen, zur zweiten Sprache durchführen möchte. Ich gehe jetzt einmal in die Übersicht, weil ich hier weiß, habe ich hier noch einige freie Felder. Sie können aber auch natürlich das Ganze irgendwie in der Werkzeugleiste am linken Bildschirmrand auch verknüpfen. Auch die Möglichkeit besteht natürlich. Um diese Aktion jetzt hier auf diese Seite zu legen, gehen Sie oben rechts auf das Bearbeitungsfeld und Sie landen nun im Bearbeitungsmenü und Sie können hier nun ein leeres Feld, ein freies Feld auswählen. Einfach nur anklicken, es wird hinzugefügt und was ich jetzt machen muss, ist eventuell die darauf enthaltene Funktion entfernen und dann auf Aktion hinzufügen gehen. Und hier habe ich nun unter Navigation in der zweiten Oberkategorie, in Aktionen habe ich das Seitenset wechseln. Das klicke ich an und wenn ich, ja, einen relativ brandneuen Benutzer habe oder halt den Anwender, mit dem ich noch nicht mit diesen unterschiedlichen Seitensets gearbeitet habe, muss ich erstmal ein weiteres Seitenset erstellen. Da bleibt mir eigentlich keine andere Möglichkeit. Ich klicke hier jetzt drauf auf Seitenset erstellen und ich komme nun auf alle in Snapcore First vorinstallierte Seitensets. Also ich könnte Chinesisch nehmen, ich könnte Dänisch nehmen. Ich wähle jetzt einfach nur das englische United Kingdom, klicke es an, gehe auf Weiter, nenne es vielleicht nicht nur Corp. First, sondern auch vielleicht Englisch und habe nun hier direkt ein Feld erstellt, wo ich zu Englisch wechseln kann. I am not from here, was auch immer. Das heißt, so kann ich wirklich schnell natürlich auch mehrsprachige Inhalte schön miteinander kombinieren, sodass auch der Anwender selber oder vielleicht weniger vertraute Personen damit klarkommen mit dem Sprachwechsel. Ich brauche natürlich jetzt noch ein Feld, wo ich zurückkehren kann. Der Weg ist der gleiche. Ich gehe ins Bearbeitungsmenü, wähle ein leeres Feld aus, entferne gegebenenfalls vorhandene Aktionen, gehe auf Aktionen hinzufügen und wähle hier wieder Seitenset wechseln. Da ich ja gerade ein zweites Seitenset hinzugefügt habe, sehen Sie jetzt hier nun in der Liste das Seitenset, von dem ich hingewechselt bin, also das deutsche Snapcore First. Das stelle ich an und kann dann über das Feld dann wieder zu meinem anderen Core First wechseln. Das heißt, so kann man sämtliche Sprachen noch viel einfacher und schneller miteinander verzahnen und den Wechsel und das einfach noch mal unterstützen und erleichtern. Eine weitere Funktion, die auch schon relativ früh, 2018 in Snap, implementiert wurde, ist die sogenannte Gesprächsfunktion. Die ist aber, glaube ich, noch nicht vielen wirklich so vertraut. Deswegen möchte ich die gerne auch noch einmal zeigen. Die Gesprächsfunktion kann man hinzufügen in diese Leiste oben bei dem Mitteilungsfenster. Und das mache ich auch über das Bearbeitungsmenü, gehe dann hier aber im rechten Bereich auf diesen Stift. Und in diesem Stift habe ich die Möglichkeit, noch weitere Elemente oben in die Werkzeugleiste hinzuzufügen. Damit das nicht zu viel wird, entferne ich einmal kurz doch mal das Teilen und wähle aber den Gesprächsmodus. Der Gesprächsmodus, die Idee dahinter ist, dass ich auch gut mit Zwischenfragen, mit Unterbrechungen umgehen kann. Das bedeutet, im konkreten Fall, ich bin gerade dabei, als Anwender etwas einzutippen. Will. Nicht. Ich will nicht, was auch immer. Und dann kommt eine Zwischenfrage, beispielsweise Möchtest du auch, oder was möchtest du trinken? Dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich lösche jetzt alles. Gehe dann auf alle Wortlisten und Essen und Trinken oder Ähnliches. Muss dann aber natürlich den Satz, der jetzt ja gerade nur aus drei Buchstaben oder drei Worten besteht, der kann natürlich auch deutlich komplexer sein, müsste ich da natürlich noch mal neu erstellen. Ich habe als Alternative die Möglichkeit, die sogenannte Gesprächsfunktion zu wählen. Und jetzt kann ich dann unter Getränke gehen und sagen, ja, ich möchte gerne Apfelsaft. Apfelsaft. So, dann gehe ich wieder zurück. Ich kriege gleich meinen Apfelsaft, aber gehe ich jetzt auf Gespräch aus, oben rechts, wieder. Dann ist der Inhalt, den ich zuvor quasi, wo ich unterbrochen wurde, ist dann wieder zu finden und ich kann dort quasi wieder meinen Satz fortsetzen, meinen großen Aufsatz oder Ähnliches. Das ist die sogenannte Gesprächsfunktion. Ebenfalls schon etwas länger da, aber noch nicht so bekannt, ist die Datenverfolgung. Klingt vielleicht etwas gruselig. Unter Datenverfolgung ist aber eigentlich nur gemeint, dass man hier einen sogenannten, ja, Feldnutzungszähler aktivieren kann. Das heißt, ich gehe unter Einstellungen, unter Benutzer und habe dann hier in der Datenverfolgung die Möglichkeit, die Feldnutzung zu aktivieren. Ich muss hier einmal zustimmen. Und das, was ich jetzt habe, ist Folgendes. Ich kriege nun eine gute Darstellung, welche Felder wie oft angeklickt wurden. Das heißt, ich klicke jetzt ein bisschen hier oben. Und wenn ich jetzt wissen möchte, nach einer Woche, ja, welche Inhalte hat er denn genutzt? Hat er das Seitenset überhaupt auch so verwendet, wie ich mir das vorgestellt habe? Muss ich eventuell Worte ändern, die Position ändern, weil vielleicht die ganze Bereiche nicht irgendwie erfasst worden konnten mit den Augen oder mit Motorik oder Ähnlichem? Da habe ich die Möglichkeit, hier oben in dem angezeigten Graphen hier drauf zu klicken und den Feldnutzungszähler mir anzeigen zu lassen. Der Feldnutzungszähler zeigt mir dann eine Zahl auf jedem Feld an. In der Regel ist sie jetzt gerade häufig bei Null, weil ich natürlich den gerade erst aktiviert habe. Aber manche Felder wie ich, Sein und Nicht, wenn ich hier weiter drauf drücke, ermüße ich die Zahl immer kontinuierlich, sodass ich einfach jetzt wirklich eine gute Nachverfolgung habe, wie gut es denn eingesetzt wird. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, auch in einen sogenannten Modeling-Modus zu wechseln. Modeling-Modus bedeutet, dass ich die Klicks, die der Anwender selber nicht durchführt, sondern die vielleicht vom Umfeld durchgeführt werden in der Therapiesit-Sequenz oder halt in dem Übungsszenario, dass die sich nicht aufwirken auf die eigentlichen Nutzungszahlen auf den Feldern. Das erkennt man daran, dass jetzt hier im oberen Bereich das Ganze dann nur noch mit einem Finger dargestellt ist und nicht mehr das andere Symbol. Ich kann es auch über ein längeres Klicken darauf deaktivieren oder aktivieren oder halt wie gesagt durch einmal drauf drücken. Ich kann auch den Modeling-Zähler einzeigen lassen, dass ich auch so die Differenz sehe, was wird gemodelt, was wird vom Anbender ausgewählt. Aber in der Regel ist es wahrscheinlich so, damit es nicht stört, dass ich auf jeden Fall die Anzeige ausblende, aber es halt im Hintergrund laufen lasse. Dann kam auch endlich eine deutsche Snapcore-First-PCS-Variante und damit auch noch ein paar weitere Funktionen. Wir sind jetzt im Jahr 2019. Und hier ist es so, dass seit einem Update Anfang 2019 ist auch die Möglichkeit besteht, die Position der Symbolleiste anzupassen. Manchmal ist es vielleicht so, dass die Symbolleiste oder die Werkzeugleiste, das heißt, wo ich zwischen diesen einzelnen Sprachelementen wechsle, Kernwörter, ABC, Kommentare, dass ich hier einfach die Möglichkeit habe, die Position umzutauschen, dass ich vielleicht einfach den Fokus dann in dem Bereich setze oder auf dem Bereich. Das Ganze geht halt über das Seitenset, Einstellungen und dort habe ich dann die Möglichkeit, das muss ich jetzt auch mal kurz direkt hier zeigen, Seitenset, Einstellungen. Und da habe ich die Möglichkeit, das mit der Werkzeugleiste nach rechts zu verschieben und eventuell dort, ja, den Fokus dann vielleicht auf wichtigere Sachen zu setzen oder halt die Möglichkeit schaffen, das über die rechte Hand dann eventuell anzusteuern. Mitte Mai 2019 ist SNAP 1.8 erschienen. Unter anderem wurde die Benutzeroberfläche vereinfacht, da gehe ich jetzt nicht mehr konkret drauf ein. Aber was hier ein wichtiges neues Element war, waren die sogenannten aktiven Inhalte oder aktive Bezeichnungen. Aktive Bezeichnungen sind an sich dynamische Felder, die nicht eine statische Bezeichnung zeigen, jetzt hier lauter und leiser oder stumm schalten, sondern wirklich auch die gerade aktuelle Uhrzeit oder die Sprachlautstärke oder das Datum. Und dass diese Bezeichnung sich auch anpasst und ändert, sobald halt quasi sich auch was an dem Wert ändert, sei es halt an dem Akkustand oder auch natürlich an der Uhrzeit, ohne dass ich einmal die Seite schließen muss und wieder öffnen muss. Das heißt, diese werden wirklich aktiv geändert. Möchte ich solche aktiven Bezeichnungen auf ein anderes Feld legen, in einem anderen Bereich, auf ein anderes Thema. So gehe ich ins Bearbeitungsmenü, wähle ein Feld aus, worauf ich denn diese aktive Bezeichnung hinterlegen möchte und gehe jetzt hier nicht auf Bezeichnung oder Mitteilung, sondern nein, ich gehe hier im rechten Bereich auf aktivierter, aktiver Inhalt. Und wenn ich hier drauf klicke, ploppt ein Menü auf, wo ich alle aktuell verfügbaren aktiven Bezeichnungen, aktiven Labels, aktive Inhalte zur Verfügung kann. dargestellt bekommen. Möchte ich zum Beispiel wissen, welchen Wochentag, möchte ich auch noch den Wochentag angezeigt bekommen, kann ich hier auch den Wochentag hinzufügen. Ich habe keine Möglichkeit, Symbol, Bezeichnung oder Mitteilung anzupassen. Das ist alles vorgegeben. Aber so kann ich einfach auch mit wenig Aufwand aktuelle Daten vom Wochentag über Uhrzeit bis natürlich auch wichtige Sachen wie zum Beispiel den Akkustand einfach gut dargestellt bekommen. Es wurden auch neue Scanning-Funktionen hinzugefügt, dass es halt nicht nur ein Ein-Taster-Scanning gibt, sondern dass ich auch mit zwei Tasters das Ganze machen kann und unterschiedliche Scanning-Arten. An sich die Scanning-Funktion, die man auch von anderen Tobi-Dynabox-Geräten kennt, sodass man hier auch auf die vertrauten Funktionen zurückgreifen kann. Im Oktober ist Snap 1.9 erschienen. Und hier sind einfach noch so ein paar, finde ich, für mich, finde ich, sehr, sehr auch schöne Funktionen neu hinzugekommen, die auch von Ihnen, von Euch, halt auch häufig mal an uns herangetragen wurden. So ist es hier dann möglich, die Inhalte vom Mitteilungsfenster, also das, was ich oben in der Leiste geschrieben habe, auch selber als Anwender, ohne ins Bearbeitungsmenü zu gehen, auf ein Feld kopieren zu können. Das heißt, ich schreibe etwas, wähle die Aktion in Feld kopieren und kann dann sagen, wo ich es gerne haben möchte und kann es dann natürlich auch zur späteren Kommunikation gut einsetzen. Diese Felder in Feld kopieren findet man bereits vorprogrammiert auf verschiedenen Seiten, in der Regel natürlich auf Seiten, die individuelle Inhalte einfordern, wie jetzt Kommentare, meine Sätze oder auch in den Kernwörtern unter meine Listen. Auch hier finde ich in Feld kopieren und das Vorgehen ist jetzt, dass ich jetzt bei den Kommentaren bin, meine Sätze, dass ich jetzt hier dann in Feld kopieren wähle und dann das Feld wähle, wo ich es gerne speichern möchte und abrufen möchte und dann gehe ich auf Bestätigen und dann habe ich es auch schnell und einfach hinzugefügt. Ich kann diese Aktion auch natürlich, egal wo ich bin, hinzufügen. Das ist auch einfach nur eine Aktion, die ich auf einem Feld hinterlegen kann. Die Aktion lautet Mitteilungsfenster im Feld kopieren. Das ist die Aktion, die ich hinterlegen muss und dann kann ich das natürlich auch auf jeder anderen Seite, auf jeder eigens erstellten Seite auch vornehmen und machen. Das steht mir natürlich frei, wo ich das Ganze nutzen möchte. Was das Ganze noch ein bisschen kreativer macht, die Gestaltung der Inhalte ist das Anpassen der Feldgröße. Bis zu den vorherigen Versionen war ich immer darauf, also auf die entsprechende Rastergröße angewiesen und konnte nicht irgendwelche Elemente vielleicht hervorheben, sodass ich vielleicht in der Mitte ein großes Feld habe und außenrum vielleicht kleine Felder, in der Mitte vielleicht ein Foto habe, außenrum dann Kommentare zu dem Foto. Aber dann mit 1.9 war es nun möglich, die Feldgröße anzupassen. Das macht natürlich nur bei speziellen Seiten Sinn, wenn ich das jetzt hier mache. Auf der Kernwortseite kann es natürlich auch durchaus zu Verschiebungen führen des Vokabulars. Das Vorgehen ist an sich wie folgt. Ich wähle das Feld aus, was ich vergrößern oder verkleinern möchte und dann sehen Sie hier dann an dem Rand diese Zielpunkte, die man auch von anderen Programmen kennt. Ich halte meine Mauszeige daraus, drücke und halte die Maustaste gedrückt und kann nun die Größe anpassen. Die dabei verdrängten Felder hüpfen an die, oder springen an die nächste freie Position. Wie gesagt, in diesem Fall ist es jetzt relativ sinnfrei, das hier zu vergrößern. Aber so habe ich natürlich hier die Möglichkeit, über einfaches Anklicken ziehen, das Ganze individuell zu gestalten, wenn ich eventuell ein Wort hervorheben möchte oder wie gesagt vielleicht ein Foto habe, über das ich reden möchte und außenrum dann die Inhalte oder vielleicht mit einem Buch mache, ein Buch erstellen möchte, Mitte, du hast die Seite des Buches, abfotografiere, außenrum dann Kommentare dazu. So kann ich das Ganze natürlich ein bisschen kreativer und individueller gestalten. Ich wechsle mal kurz nochmal die Position der Werkzeugleiste, dass eventuell Leute nicht verwirrt sind, warum das so ist. Außerdem ist hinzugekommen, noch hier die Möglichkeit, mit einer Aktion die Sprachausgabe zu stoppen. Das ist immer oben links, falls das gerade zu viel redet, habe ich hier die Möglichkeit, durch Anklicken dieses Feldes die Sprachausgabe zu beenden, auch wenn der Satz noch nicht vervollständigt wurde. Zudem wurden das erste Mal sogenannte Seiten zum Accessit 3 angeboten und vorgestellt. Das Accessit 3 ist ein Zubehör, was vielleicht viele noch kennen, von den Vorgängern. Die wurden dann in der Togo Dynamo X oder Dynamo X Serious 5 Software verwendet. Da ist die Idee, dass ich die Möglichkeit habe, mit einem eigentlichen klitzekleinen Zubehör, ich weiß nicht, ob Sie das, wenn ich das jetzt mal in die Kamera halte, ob das zu erkennen ist, ist an sich nur so ein kleiner Stick. Diesen Stick schließe ich an einen anderen Computer an. Und dieser Stick ermöglicht dann, dass ich Snap Core First verwende, um diesen anderen Computer zu bedienen oder Text dorthin zu schicken. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit meinem Snap Core First auf dem augengesteuerten Kommunikationsgerät, der i-Serie, auf dem i110, aber natürlich auch auf einem iPad oder einem Windows-Tablet, habe ich die Möglichkeit, es mit dem Accessit 3 zu verbinden. Und dann kann ich die Accessit-Seiten nutzen, um dann beispielsweise Facebook auf dem Computer zu nutzen oder einen Internetbrowser. Das heißt, dann werden die entsprechenden Befehle über Bluetooth an das Accessit geschickt und dieses führt es dann auch an. Sich ist das Accessit 3 nur eine Art Mausersatz oder Tastaturersatz. Also ich stecke es ein wie eine externe Maus, wie eine Funkmaus und kann sie dann halt nutzen, um, wie gesagt, den Browser zu öffnen, Mausbewegungen zu machen, aber natürlich auch noch ganz andere Sachen. In Word kann ich arbeiten, mit Gmail. Wir haben auch ein Video gemacht, wo ich das Accessit mit entsprechenden Zubehören auch an eine Amazon Fire TV stecken kann, der neueste Generation und so auch zum Beispiel das Fire TV starten kann, an dem Fernseher und bedienen kann mit meinem Kommunikationsgerät, wenn eventuell, ja, das halt nur sonst mit Augen möglich ist oder halt die Motorik so eingeschränkt ist, dass ich halt auch die normalen Fernbedienungen nicht verwenden kann. Das sind halt ein paar Einsatzszenarien des Accessit, aber das Gute ist einfach, ich kann auch ganz normalen Text an ein Textbearbeitungsprogramm wie Word schicken. Den Text, den ich hier oben drin habe, kann ich teilen mit dem Accessit, kann ich das dann einfach senden. Ich kann auch einzelne, mir einfach eine Accessit-Tastatur nehmen, sodass ich jetzt hier das E drücke und dann wird das E an den Computer geschrieben. Diese Möglichkeiten sind durch das Accessit 3 gegeben. Und wie gesagt, die sind zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, Ende oder November, Oktober 2019, aktuell noch zum Download auf Page Set Central gewesen, haben Sie aber eventuell halt eine Version, die Sie später installiert haben, kann es auch durchaus sein, da kommen wir nachher noch zu, dass die Seiten schon standardmäßig enthalten sind. Wenn Sie sie noch benötigen, können Sie auch auf Page Set Central schauen, dort finden Sie dann auch noch mal die Accessit 3 Seiten zum Download. In dem Zeitraum ist auch unser neues augengesteuertes Kommunikationsgerät erschienen, die i13 und i16 der i-Serie, der neuesten Generation der i-Serie. Und da sind auch noch ein paar weitere Hardware-Funktionen hinzugekommen, wie beispielsweise sogenannte adaptive Felder. Das sind Felder, die ich auf der Vorderseite des Kommunikationsgeräts habe, die ich auch sogar mit den Augen ansteuern kann. Das heißt, es sind an sich Tasten, die ich drücken kann, aber auch gleichzeitig anschauen kann. Und hier sind einfach nur entsprechende Möglichkeiten dazugekommen, dass ich diese lernfähigen Felder, diese adaptiven Felder, hier entsprechend auch für SnapCore First einsetzen kann. Ähnlich verhält es sich für das Partnerfenster. Das Partnerfenster auf der i-Serie, i13 und i16, bietet eine Möglichkeit, dass ich über ein zweites Display, das an der Rückseite, an der Hinterseite des Kommunikationsgeräts angebracht ist, dass beispielsweise das Partnerfenster spiegeln kann, oder das Mitteilungsfenster spiegeln kann. Also das, was ich oben in meinem Mitteilungsfenster habe, kann ich dann auch gleichzeitig an der Rückseite auf des Kommunikationsgeräts anzeigen lassen, sodass ich dann natürlich noch viel mehr diese Face-to-Face, Auge-in-Auge-Kommunikation unterstützen kann und mir niemand hinten über die Schulter schaut und guckt, was schreibst du eigentlich da? Und diese Anpassungen bezüglich An- und Ausschalten, Helligkeit, die kann ich hier auch jetzt alles über SnapCore First regeln, entweder als Anwender selber, über die Übersichtsseite, oder natürlich auch in den Einstellungen unter Systemen habe ich noch weitere Anpassungen, die ich für das Partnerfenster vornehmen kann. Jetzt sind wir im Jahr 2020, ja, ein sehr verrücktes Jahr, am 23.01. Als das erschienen ist, haben wir noch nicht gedacht, was hier auf uns alles zukommen wird. Ja, auch eigentlich ein sehr großes Update, was uns da erreicht hat. Zum einen wurden die Metacom-Seiten-Sets aktualisiert, auch mit den neuen Metacom-8-Symbolen. Die wurden dann auch der Symbolsammlung hinzugefügt, sodass jetzt auch alle Symbole aus Metacom-8 in SnapCore First verfügbar waren. Es sind neue Sprachen hinzugekommen, unter anderem auch eine Version für Deutsch in der Schweiz, also mit speziellem Sprachgebrauch aus dem Schweizer Raum. Ja, Scanning-Einstellungen noch weitere Auswahlrahmen, da komme ich jetzt gleich noch zu. Das ist einfach erstmal eine kleine Übersicht, was im Januar diesen Jahres in SnapCore zugefügt wurde. Zum einen, wie ich gerade schon sagte, sind jetzt diese Accessit-Seiten standardmäßig in den Inhalten mit inkludiert, sodass ich einfach in der Werkzeugleiste unter Übersicht gehen kann und dort finde ich einen Bereich Accessit. Dann gibt es mit 1.10 das erste Mal auch einen Hinweisglühbirne im oberen Bereich der Software. Dieses zeigt bei neuen Updates von SnapCore First, was ist denn neu, verweist dann auch zu den entsprechenden Dokumenten, zu den Update, wenn man nochmal genauere Informationen benötigt. Wenn es einen Update gegeben hat, leuchtet diese gelb. Ich kann da draufklicken, es öffnet sich ein kleines Mini-Fenster. Wenn ich das nicht haben möchte, kann ich aber auch unter Benutzer und in Einstellungen den Hinweis im Anwendungsmodus deaktivieren, sodass der mich dann bzw. den Anwender nicht unnötig ablenkt und stört. Ich habe mit 1.10 für Anwender in Scannings noch weitere Möglichkeiten. Sogenannte Scanning-Gruppen kann ich jetzt einrichten. An sich eine sehr schöne und hilfreiche Funktion, um die Scanning-Gruppen einzurichten. Die kann ich natürlich nur seitenweise einrichten. Gehe ich im unteren Bereich im Bearbeitungsmenü auf Seite und habe dann jetzt hier das Symbol für Scanning-Gruppen. Und was ich jetzt hier machen kann, ist, ich kann verschiedene Gruppen festlegen, die dann nach und nach dann quasi hervorgehoben und gescannt wird, dass ich sie aufrufen kann. Jetzt mache ich gerade die erste Gruppe. Ich zeichne die erste Gruppe. Ich kann jetzt mit gedrücktem Finger über den Bildschirm gehen oder in dem Fall mit der gedrückten Maustaste. So, ich mache das nämlich jetzt Fragen als erstes. Eine Gruppe, dann würde ich die Personen als eine Gruppe nehmen. Die werden, es ist eigentlich nur ein drüberwischen und so weiter. Und wenn ich jetzt Scanning aktiviere, wäre es so, dass immer erst dieser Block hervorgehoben würde, dieser Block, dieser Block, dieser Block, die kurzen Wörter und dann noch die Ordner. Und dann erst, wenn ich über die Scanning-Taste aktiviere, dass ich in diesem Block etwas auswählen möchte, werden die einzelnen Elemente dann gescannt. Ich finde, eine sehr hilfreiche Funktion, was Scanning angeht und auch eine sehr nutzerfreundliche Geschichte. Aber natürlich nur für Anwender, die halt auch auf Scanning angewiesen sind. Ja, die Teilen-Funktion wurde ein bisschen überarbeitet. Vorher war das ein etwas eher so ein Windows-Menü. Jetzt hat man große Felder. Ich habe das Accessit mit drin. Ich kann also über das Teilen oben rechts in der, ja, im Mitteilungsfenster in der Leiste, ja, das Accessit auswählen, in Feld kopieren oder allgemeines kopieren. Und erst, wenn ich auf weitere gehe, bekomme ich dann das Standard-Windows-Menü. Das macht das Ganze natürlich auch viel zugänglicher für Anwender mit Touch und natürlich auch mit der Augensteuerung, als wenn ich dieses Standard-Windows-Menü hier sehe. Im Bearbeitungsmenü ist auch der sogenannte Auswahlrahmen hinzugekommen. Wir nennen das auch vielleicht Lasso. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Menü bin, habe ich im rechten Bereich, ich kann auch noch mal kurz die Erklärung einbringen, diesen Auswahlrahmen. In der vorherigen Version war es immer nur möglich, ein Feld anzuklicken oder mit der Mehrfachauswahl klickweise halt auch alle, möchte ich aber vielleicht eine größere Gruppe auswählen. So war mir das vorher immer nur sehr schwer möglich. Mittlerweile dann ist es mit diesem Auswahlrahmen möglich, einfach mit gedrückter Maustaste so einen Bereich über das Feld, über die Felder zu ziehen, die ich auswählen möchte. Und jetzt könnte ich alle Felder gleichzeitig jetzt hier im Stil anpassen und gegebenenfalls die Schriftart ändern, aus welchem Grund ich das vielleicht auch gerne möchte oder die Hintergrundfarbe des Feldes oder Ähnliches. Erleichtert die Bedienung ungemein noch mal dieser Auswahlrahmen. Auch eine nette, hilfreiche Funktion ist das Whiteboard. Das ist auch mit 1.10 hinzugekommen. Nicht standardmäßig verknüpft, aber schnell hinzufügbar. Ich werde das Ganze auch wieder in der Übersicht hinterlegen. Und das Whiteboard fügt man hinzu wie jegliche anderen Aktionen auch. Wähle ein leeres Feld aus, entferne gegebenenfalls ungewünschte Aktionen und gehe hier auf Aktionen und scrolle nun ein bisschen nach unten. Ja, wo war es denn? Sekunde. Das Whiteboard war weiter oben und zwar auch unter Navigation unter Whiteboard öffnen. Und hier kann ich nun ein sogenanntes Whiteboard öffnen, mit dem ich dann schön mit dem Finger auch jegliche, jetzt gerade natürlich mit der Tastatur, Bäume zeichnen kann oder auch eventuell ein Bild hinzufügen kann. Entweder gerade selber ein Foto machen. Wahrscheinlich geht es gerade nicht, weil meine Kamera genutzt wird. Falls doch, kann ich auch Fotos hinzufügen und die irgendwie die bemalen. Da vielleicht irgendwie etwas zeigen, was ich vielleicht sagen will. Hier Brille oder ähnliches. Ich kann weitere Felder machen, die anderen bleiben erhalten. und so kann ich natürlich noch eine weitere Modalität nutzen, in dem Fall dann das Malen. Denke jetzt speziell an vielleicht an Anwender mit einer Aphasie, dass die auch vielleicht ganz gut mit dem Whiteboard in Kombination arbeiten können. Aber natürlich auch, auch Kinder natürlich ohne Frage können natürlich auch davon durchaus profitieren. neue Stimmen sind hinzugefügt worden neben A Cappella-Stimmen. Es ist dann auch jetzt möglich, die Nuance-Stimmen kostenpflichtig hinzuzuzuerwerben. Die A Cappella-Stimmen sind standardmäßig alle ja mit inkludiert in Snap. Möchte ich aber noch weitere Stimmen haben. Manche, manchmal hat der andere Hersteller noch ein bisschen passendere oder noch andere Länder abgedeckt. So könnte man das Ganze dann auch noch kostenpflichtig jetzt auch noch erwerben. und ich habe die Möglichkeit nun auch im Mitteilungsfenster die Schriftart anzupassen. Das war im Vorfeld noch nicht möglich, aber jetzt ist das hier auch ab 1.10 möglich gewesen. Darüber hinaus sind auch noch zahlreiche richtige Fotos SnapCoff First in den Symbolsammlungen hinzugefügt worden. und zwar habe ich jetzt in der Regel, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Essen eingebe, kriege ich natürlich erstmal ganz normale Symbole, aber ich habe jetzt hier auch richtige digitale Fotos seit Version 1.10. Das heißt, entweder von einzelnen Objekten, aber je nachdem, was ich natürlich suche, auch ganze Sequenzen, ganze Szenen, also welche, die eine ganze Situation beschreiben, wie jetzt, ich esse im Bett oder ich sitze am Tisch oder ich esse ein Restaurant. Diese Symbolsammlungen sind auch neu hinzugefügt worden. Möchten Sie gucken, ob Sie die vielleicht noch nicht aktiviert haben, benötigt, möchten Sie auch gerne damit mit Fotos arbeiten. So schauen Sie mal in den Symbolbibliotheken und gucken mal, welche Symbolsammlungen Sie gegebenenfalls noch nicht heruntergeladen haben von den verfügbaren Symbolen. In dem Fall wären das die Snap-Aphasie-Fotos, die da auch unter anderem neu hinzugefügt wurden, die sich dann auch durchaus lohnen, auch noch eventuell hinzuzufügen. Wie gesagt, steht die eher im unteren Bereich bei weitere verfügbare Symbole, können Sie einfach auf Laden klicken, werden automatisch geladen und sind anschließend dann auch verfügbar in der Symbolsammlung. Vor einem halben Jahr ungefähr ist dann Version 1.11 erschienen. Hier ist es unendlich auch möglich, dann auch Seiten zu drucken. Es gibt neue Seitensets im Niederländisch, also neue Textseitensets, das heißt dann auch etwas für Anwender, die Schriftsprache beherrschen und nicht auf Symbole angewiesen sind. Unterstützung von Alexa, Google Home und Siri-Seiten wurden hinzugefügt und im Textseitenset noch ein paar Accessit-Seiten, in dem Fall auch zum Beispiel zur Verbindung und Nutzung eines Android-Telefons mit dem Accessit. Seitedrucken war immer ein hoher Bedarf, der von Ihnen an uns herangetragen wurde. Seitedrucken ist an sich eine ganz einfache Geschichte. Ich gehe auf die Seite, die ich drucken möchte, gehe dann ins Bearbeitungsmenü und kann dann hier entweder auf Seite gehen, und habe dann hier den Drucker, gehe ich auf den Drucker, öffnet sich das Druckmenü. In dem Fall wird immer schon die Seite angezeigt, die ich hier aktuell quasi geöffnet habe. Ich könnte alle auswählen, wäre relativ viele oder noch separat nach welchen suchen oder nach den zuletzt geöffneten schauen. Ich kann dann auch weitergehen und bin dann in den Druckoptionen, wo ich nochmal festlegen kann, möchte ich das Mitteilungsfenster gedruckt haben. Nö, eigentlich nicht. Die Werkzeugleiste nicht. Ich möchte an sich nur die Kernwörter haben. Feldnutzungszähler sowieso nicht. Ja, Verknüpfungen können angezeigt werden müssen, aber eigentlich auch nicht, weil ich eigentlich nur die Startseite haben möchte. Und dann gehe ich auf Drucken und ich bin dann in meinem Druckmenü und kann dann natürlich vielleicht Querformat auswählen und bekomme das Ganze dann schön auf Papier ausgedruckt. Jetzt auf Abbrechen, um nicht unnötig Druck zu verschwenden. Ich kann aber auch hier unter Seite sehe ich auch nochmal Seiten drucken als Menü und kann ja auch nochmal auf Drucken gehen. Ja, das Textseitenset gibt es jetzt auch in verschiedenen Sprachen, ist an sich sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich gestaltet. Wie gesagt, schwerpunktmäßig Anwender, die keine Symbole benötigen. Ich kann das hinzufügen, den ich auf Seitenset erstellen gehe und habe dann unter Deutsch dann auch ein Textseitenset, hier auf Weiter, hier auf Erstellen und bin dann in dem Textseitenset, wo ich hier schwerpunktmäßig eine Tastatur habe, natürlich, mit der ich kommuniziere, Sätze, also auch Themensätze, also Unterhaltung oder auch über die Familie. Aber auch hier ist ganz klar natürlich der Schwerpunkt auch wirklich eigene Inhalte, eigene ganze Sätze, weil das ist natürlich sehr, sehr individuell zu gestalten und deswegen kann man natürlich auch gut die Aktion in Feld kopieren, hier einsetzen und ansonsten, wie gesagt, hat man hier ganz viel, viel Freiraum, aber natürlich auch schon vorgespeicherte Inhalte wie Kommentare oder auch in der Übersicht natürlich hier die Möglichkeit, wie ich ja sagte, mit dem Excessit das Ganze zu kombinieren. Genau, die Google Home, Alexa und Siri-Seiten, ich denke, das kennt grundsätzlich jeder, zumindest eins von diesen Assistenten, einfach eine gute Möglichkeit, dann hier ein bisschen mehr Unabhängigkeit zu bekommen, dass ich dann entsprechend dann mit Alexa kommuniziere, bei Alexa Nachrichten abrufe, Wetter, damit vielleicht auch sogar telefoniere oder einen Timer stelle. Solche Möglichkeiten sind natürlich gegeben, dass ich das einfach schon alles vorprogrammiert habe mit Inhalten, sodass ich das nicht alles von Grund auf neu erstellen muss. Und die Seiten gibt es natürlich dann auch nicht nur im SnapText-Nutzer, sondern natürlich auch im SnapCoreFirst-Seiten-Set. So, und jetzt sind wir an sich schon beim aktuellen Stand angekommen und jetzt kommen wir noch zu Snap1.12, was im Juni erschienen ist. Und da ist es, was uns besonders am Herzen lag, ist, dass jetzt auch endlich die Suche so funktioniert, wie Sie uns das auch wünschen. Und zwar hat man jetzt nur die Möglichkeit, auch doppelte Treffer zuzulassen und verborgene Felder anzuzeigen beziehungsweise nicht anzuzeigen. Ich gehe jetzt noch einmal zurück in das SnapCoreFirst-Seiten-Set. Und hier oben über die Lupe kann ich ja, wie vielleicht für viele bekannt ist, eine Suchfunktion starten, mit der ich dann über auch Visualisierung zu dem Begriff geführt wurde. Ich gehe jetzt mal nach dem Begriff Auto. Und ich kann jetzt hier in den Einstellungen zulassen, dass ich auch doppelte Treffer sehen möchte. Das war bisher nicht so. In der Regel wurde immer das am schnellsten erreichbare Wort gezeigt, was natürlich auch Sinn macht. Aber wenn ich eventuell nicht den ABC-Bereich nutze, sondern eher über die Wortlisten das Ganze, den Zugriff habe zum Wortschatz, dann war das für mich natürlich dann nicht ideal. Die Möglichkeit habe ich jetzt, dass ich jetzt sowohl als auch angezeigt bekomme und auch verborgene Felder beziehungsweise nicht verborgene Felder. Verborgene Felder sieht man, indem diese leicht grau schraffiert dargestellt werden. Und das Prinzip der Suche ist ja, dass ich dann sage, okay, ich möchte jetzt von hier zum Auto kommen. Das heißt, egal auf welcher Seite ich bin, ich bekomme nicht irgendwie den Pfad von der Hauptseite oder von meiner Hauptseite, sondern immer da, wo ich gerade bin. Das heißt, immer den individuellen Pfad und das Ganze natürlich dann auch schön visuell hervorgehoben. Genau, das war die Suchfunktion. Und es wurden noch die PCS-Symbol-Bibliotheken aktualisiert. Und haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, dass wir auch viele Symbole jetzt gerade zur Covid-19, Corona-Situation erstellt haben, wie irgendwie zu Hause, Homeoffice, Videotelefonie, über Videotelefonie spielen, dass ich bleibe zu Hause zeichen. Solche Sachen wurden dann auch natürlich von uns immer gezeichnet. Und es ist so, dass immer regelmäßig neue Symbol-Updates zur Verfügung stehen. sollten eigentlich mit dem Updates dann automatisch geschehen. Aber es lohnt sich auch hier immer gerne mal über die Einstellungen in die Symbol-Bibliotheken zu gehen und dort dann mal zu schauen, ob bei den Symbol-Sammlungen eventuell so eine Art Neuladen-Symbol ist. Das heißt, klickt man da drauf, werden dann auch automatisch dann die neuen Symbole heruntergeladen und stehen dann auch zur Verfügung. Wir arbeiten aktuell noch daran, eine Möglichkeit für Sie auch zu bieten, wie Sie auch genau wissen, welche Symbole jetzt neu hinzugekommen sind. Es sind neu hinzugekommen, aber man wissen aktuell halt noch nicht, welche. Da arbeiten wir gerade noch an einem Weg, um Ihnen das möglichst gut darzustellen. Aber Sie müssen wissen, dass diese Symbol-Sammlung einfach stetig, zumindest was die PCS-Seite angeht, stetig wächst, weil er hier auch an sich in regelmäßigen Abständen einfach auch neue Symbole gezeichnet werden. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf an sich durch zweieinhalb Jahre Snapcore First-Entwicklung. Ich hatte Ihnen versprochen, wir haben noch zehn Minuten Fragen. Es hat jetzt nicht ganz hingehauen. Eigentlich haben wir nur noch eine Minute. Ich bin aber auch gerne bereit, noch ein bisschen zu verlängern. Wenn Sie jetzt also Fragen haben sollten, nutzen Sie gerne das Chat-Fenster oder das Mikrofon. Aktivieren Sie das Mikrofon. Und ich kann gerne noch auf Ihre Fragen eingehen. Falls keine Fragen sein sollten, Sie können natürlich weiter noch schreiben. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie es unterbunden, dass Sie Fragen stellen können. Aber Sie können natürlich auch gerne im Nachgang immer noch unter Info.dach Fragen stellen zu den Zeitenteilen, aber natürlich auch allgemeine Fragen. Da stehen wir natürlich auch gerne Ihnen zur Verfügung. Ich hoffe, es war etwas Neues und Spannendes vielleicht auch für Sie dabei, was Sie jetzt vielleicht auch dann in Ihrer Arbeit auch vielleicht auch direkt einsetzen, dass es Sie direkt unter den Nägeln kitzelt, dass da was dabei ist. Wie gesagt, ansonsten kann ich nur auf das Webinar dann im Oktober verweisen. Das ist dann am 13. Oktober. Da gibt es dann Neuerungen, Neuigkeiten rund um die TobiDynavox Augensteuerung. Augensteuerung ist ja auch ein spannendes Thema. Aber wie gesagt, wenn Sie jetzt noch Fragen haben sollten, gerne. Ich sehe gerade, dass es an sich keine Fragen da sind. Ist ja auch ein gutes Zeichen. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, schönen Spätnachmittag und lasse Sie dann und wirklich freuen, Sie an gleicher Stelle oder vielleicht irgendwann auch mal wieder persönlich zu sehen und in Austausch zu treten. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.